was ist das eine kiste dass er bestimmt irgend so ein skulptur drinnen gegenstand krass eine seite ist abgenutzt als hätte jemand häufig daran gereden vielleicht die glücksmünze eines soldaten vielleicht wer weiß wer weiß gibt es noch im tagebuch hier läuft eine gigantische scheiße das natürliche phänomen mit dem chaotischen wetter die militärische forschungsbasis eine sonnenkönigin und ein verrückter kult wenn ich es nicht besser wüsste würde ich es für ein riesen fake halten mit versteckten fernsehkameras in den bäumen aber ich muss zugeben es jagt mir eine höllen angst ein ich reiße zur tarnung witze darüber aber reyes tritt mit deswegen sicher bald in den arsch ich muss was nützliches tun bevor ich völlig durchdrehe ich wäre so gerne mehr sie ist der hammer nicht nur schlau sie kann auch echt heftig austeilen und wenn sie mich bisher nicht bemerkt hat passiert das jetzt auch nicht mehr außer ich mache etwas das ihre aufmerksamkeit erregt Alex was hast du dir nur da nochmal Alex was hast du dir nur dabei gedacht dieser Ort ist gnadenlos der preis fürs überleben erst einfach zu hoch verstehst du was die jetzt noch erzählt erzählte was erzähl los für was habe ich denn 60 euro bezahlt das ist eine macke oder was bogen upgrades naupal haben wir ja schon gekauft geflochten ist den auch hier den schaden gefällt mir da muss ich noch mal ein upgrade her von dem bogen her 70 prozent freigeschalten magazinschacht ergonomischer griff und nach der zeit verringert feuer schrot an und wegen schlechter jetzt haben wir gar nicht mehr viel übrig 310 gepostete griff der die waffe beim schießen stepp ist in der rückstoß verringert ja man war das mal so kann man halt ein bisserl ein bisserl in die schrot rein investiert ist ja nicht war das schlimm im gegenteil im gegenteil habe ich extra gemacht damit ich den erfolg noch kriegen kann mit dem na wie heißt so war da drüben ran schießen kann kann man uns ein bisschen klappern und sparen mit dem schrot füllende gegner töten und so den erfolg habe ich gemeint kann man die ein bisschen finden dass sie ein bisschen geiler ist und dann geht es schon brand munition zum beispiel ist schon mal richtig gut ich bringe von maran sind es abgeht aus dem gegner genau das ist ja jedem scheiß egal hier auf dem schiff wenn da irgendwelche rohre runterfallen auch scheiß instabiles schiffes schuld entschuldigt was das ganz schön fett jetzt wollen wir sehen wie die hier das ist ja wirklich ein heikulass raushängen der junge ich habe keinen helm auf uncle du hast keinen helm auf es ist da oben jemand oh deine wasser sind nutzlos aua 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 ich hab noch fast gehabt oh 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 das ist das steig klemmen antrieb können wir den jetzt können wir den teilen einfach hochfahren oder was den wie heißen sie ah die selbstgeschossenen seilen halt und wir können jetzt wahrscheinlich auch die dickeren Dinger aufziehen hier die dickeren Blockaden alles klar da ist aber bewegen bestimmt und geht doch direkt mal ein Loch reingehackt scheißegal hier abbrechen ne macht ein bisschen mit Gas mit Gas gefüllten Hühlen bin wieder da lalalalalala lalalalalala deine Hütte deine Bruder es ist so viel passiert tja tja mädel das brennt der die 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 Ach ich bin aber auch so zielsicher ey wie ein Huch wollte ich gar nicht Naja jetzt kommt's hoch Na endlich Ich dachte schon ich treffe gar nicht mehr und gar nichts mehr Aber es geht immerhin noch ein bisschen was Einfach mal runterhupfen Sieht so ein kleines bisschen radioaktiv aus aber egal Ich weiß dass da theoretisch keine radioaktive Strahlung sein kann aber es sieht halt so aus wie einem Atomreaktor wenn Wenn man sich so vorstellt rotes Licht Überall wasser und Oh fuck Was machst du hier Was ist los Bist du okay Ich sitze hier unten fest Die Tür ist blockiert aber mit dem Frachthaken kriege ich das hin Halte durch okay Mit dem Frachthaken Mit dem hier Frachthaken Ja aber was soll ich dann Hä Ach jetzt kann ich dran springen Hoch geht aber ne So Verdammt Die Schiene ist blockiert Ich muss irgendwie da rauf Um sie freizukriegen So Na Ich hab grad ne Idee Geht net Ich glaub hier so Und dann hier so Und dann hier so Ich dachte ich würde Schaar im meiden Weil das einfacher ist Das hatteste Girl in der Hood Beeindrucken Mann Ich hab halt Das hübsche Mädchen Wo es am anderen schlecht aussieht das war aber wahrscheinlich die ganze Zeit Heutzutage kannst du ja gar kein Spielecharakter mehr bringen damit gut aussieht auch so ein Fat Princess bisher allgemein verboten so was zu machen damit die Leute ein schlechtes Gewissen kriegen weil sie keine Topfigur haben ist ja klar weil der Publisher draufsteht oder so ich hab keine Ahnung ich erzähl gerade ablos blödes Zeug ach so und mit deinem Haken also mit deinem Pfeil den hättest du nicht gleich direkt dranhängen können oder was oh Alex du hast das Werkzeug wow ich hab dich beeindruckt dann mal raus oh Gott tut mir leid gut das war's wohl mit der Tanzkarriere kein Ausblick mehr was machst du denn du bringst uns nach oben ich komm hier nicht mehr raus Lara nimm das mit nicht ohne dich hey wie oft kann ein Typ wie ich schon ein Held sein die anderen zählen auf uns jetzt Alex Wo wir aufs Goss geschossen haben, ist nichts passiert. Ah, okay, okay, okay. Und das alles für einen Schraubenzieher und einen Schraubenschlüssel. Einen 1719 und einen alter Schraubenzieher. Toll. Hat sich ja richtig gelohnt. Oh, das hier ist cool. Keine Ahnung, wie das Ding angetrieben wird, aber das ist cool. Wenn es ein bisschen übertrieben Wackellichter gestellt wird, aber naja. Das wollen sie dann machen. Gutens Lager. Fähigkeiten Punkt. Fähigkeiten. Warum wir den letzten Überlebensmodus noch? Blünder und sind vier Kadaver zurückfällig. Erhalten sie zusätzliches Bein und gut. Huch. Kluges Mädchen. Alle Fähigkeiten in einer Kategorie erhalten. Ja. Gut, dann fehlen er bloß noch hier und da. Also Jäger bin ich anscheinend am wenigsten. Offensichtlich am wenigsten. Dann müssen sie völlig in der Kampf zwischen sich die Belohnung beschaltet das Ziel und Kopfschlussworten kurz frei. Zuhalten sie ziehen auf Kostostanz und mehr Belohnung schaltet das Ziel und Kopfschlussworten frei. Und sie ziehen auf Kostostanz und mehr Belohnung schaltet das Ziel und Kopfschlussworten frei. Und sie ziehen auf Kostostanz mit der Schrotflinde auf Feinde, um sie aufzuhalten und sich die Belohnung zu erhalten. Hm, naja. Na, ziemlich langweilige Sachen eigentlich. Aber das ist ja das andere, das ausschlaut, das letzte ist ganz gut, ne? Außer welchen Nervo und tödlich können sie so weiter auch. Gut. Ich mache hier eine Aufnahmepause, wär's gedacht. Und wünsche euch einen wunderschönen Tag noch. Die restlichen paar Stunden. Macht was draus. Man sieht's. Ich mache hier ein Wunderschönen Tag. Danke.